Herzlich Willkommen zu Ihrem digitalen Rundgang durch die historische Altstadt Freiburgs. In 18 Stationen bringen wir Ihnen die bewegte Geschichte der Schwarzwaldmetropole näher. Freiburg ist die südlichste Großstadt Deutschlands und hat mittlerweile über 230.000 Einwohner. Davon sind beinahe 10 Prozent Studenten. Denn die Albert-Ludwig-Universität, die 1457 gegründet wurde, verzeichnet mittlerweile 25.000 Studierende. Das Universitätsklinikum ist sogar der größte Arbeitgeber der Stadt. Freiburg ist aber auch ein Ort, an dem sich Senioren gerne niederlassen, um den Ruhestand zu genießen. Das milde Klima und die vielen Freizeitmöglichkeiten der Region laden dazu regelrecht ein. Freiburg ist also eine sehr lebendige Stadt, in der sich Alt und Jung begegnen. Über unsere Website oder direkt von YouTube können Sie die digitale Führung durch Freiburgs historische Altstadt mit der Future History App für nur 4,99 Euro auf Ihr Smartphone herunterladen. Entdecken Sie das vielfältige Freiburg mit seiner langen Geschichte und viel Spaß beim Erkunden. Ruhestand Vregen Ruhestand Vregen